Moin Moin und Hallo! Herzlich Willkommen zu unserem Adventskalender Unboxing Special und zwar an Tag Nr. 21. Das bedeutet, wir haben gar nicht mehr so viele Tage, bis es wirklich so weit ist, dass wir Weihnachten feiern können und dürfen und machen und tun. Ihr hört meine massiv fortschreitende Männergrippe hat mich total reingeritten. Stimme am Arsch, Nase läuft, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Ich sag euch, das ist nicht fein, aber so ist es halt. Heute werden wir Asien abfrühstücken. Asien ist ein riesengroßer Kontinent, riesig. Und da gibt es Armenien. Das Weihnachtsfest wird in Armenien prunkvoll gefeiert. Die armenisch-apostolische Kirche hat am Vortag der zwei wichtigsten Herrenfesten vor Weihnachten und vor Ostern. Spezielle vorfestliche Gottesdienste werden die da abgehalten. Oh yeah! Die armen Gottesdienste, die diese zwei Tage bezeichnen haben, Dschakarlutsk. In der volkstimmischen Sprache heißen sie auch Dschetto. Oh yeah! Da geht es also auch voll ab, ne? Und das ist der 5. Januar und die Armenier machen dann immer am 6. Januar auch noch Weihnachten feiern. Also auch wieder welche, die erst im nächsten Jahr dran sind. Bangladesch, Weihnachten gesetzlicher Feiertag in Bangladesch. Bangladesch Christen feiern den Tag des Borodin. Großer Tag und begrüßen Familienmitglieder, Freunde, Bekannte. Jetzt kommen wir zur Volksrepublik China. Ist der 25 kein gesetzlicher Feiertag? Nö, nö. Christen begeben diesen Tag in offiziell und privaten Rahmen. Weihnachten. Sowohl in Hongkong als auch in Makao ist der 25. Dezember hingegen ein Feiertag. Yeah! Beides sind ehemalige Kolinen europäischer Seemächte im christlichen Hintergrund. Und die Republik China Taiwan ist nicht offiziell gefeiert. Durch Zufall, das ist cool, ist der 25. Dezember Gedenktag für die Verfassung der Republik China von 1947. Und da werden die dann auch ein bisschen feiern, ne? Passte also. Siehst du, man kann auch diese Tage recyceln. Georgien wird der Weihnachten erst am 7. Januar gefeiert. Die müssen aber noch warten. Man gibt sich zum Alilo auf die Straße, wo man sich dann einfach zum Feiertag gratuliert. Cool. Indien. Weihnachten ist eine offizielle Feiertage in Indien. Die Feiern sind sehr stark durch den Konsum amerikanischer Medien geprägt worden. Also eigentlich hier Kriptenspiele, Gesänge, Grußkarten etc. gibt's da. Also dann auch. Indonesien. Weihnachten ist auf Indien gesetzlicher Feiertag. Obwohl Christen nur 8% der Bevölkerung ausmachen. Das Wort wird das Festes. Weihnachten wird dort aber auch von Nichtchristen begangen. Genauso wie bei uns also auch, ne? Japan geht weiter. Weihnachten ist in Japan sehr verbreitet. Und Weihnachten, japanisch Kurisumasu, ist im Gegensatz zum Neujahrstag allerdings kein offizieller Feiertag. Oft bezieht man den Weihnachtsmann, Santa Kurosu, mit ein. Das heißt also, die feiern los, den Weihnachtsmann. Und dann geht's direkt weiter zur Neujahrsparty, oder? Ja, Korea. Südkorea ist der einzigste ostasische Land, in dem Weihnachten ein landesweiter Feiertag ist. Feiertagsritual sind Schenken, Weihnachtskarten, Schmücken, Weihnachtsbäume. Also das volle Programm, was wir auch kennen. Okay. Libanon. Der erste Weihnachtsfeier ist in Libanon gesetzlicher Feiertag. Auch etliche libanesische Muslime feiern Weihnachten. Cool. Meistens mit christlichen Freunden und Nachbarn etc. Das ist doch mal cool, ne? Pakistan wird im Weihnachten von den Christen meist als großer Tag gefeiert. Der Christenum ist nach dem Hinduismus in Pakistan die zweitgrößte Religion. Minderheit. Die Zahl der Christen wurde 2008 auf 2,8 Millionen geschätzt. Und zu Weihnachten wird halt gesungen, gespendet etc. Was wir auch kennen, ne? Die Phillies. Philippinen kennen die weltweiten längsten Weihnachtszeit. Trotzdem beginnt der Fest mit einer Novene, während das Abendmesse gefeiert wird. Ähm, da gibt's dann Gabenmessen am Abend des 24. Dezember. Der Noche Bueno wird nach dem Besuch der Mitternachtsmesse im Kreise der Familie gefuttert. Sind dort noch jetzt Singapur im Anschluss. Weihnachts in Singapur ein gesetzlicher Feiertag. Die berühmten Einkaufsstraße Orchard Road ist von Anfang November bis Anfang Januar weihnachtlich geschmückt. Also ihr seht, auch in Asien geht die Weihnachtsparty weiter. Die sind jetzt schon fett am Vorbereiten. Genauso wie wir auch, wenn ihr nicht die Männergrippe verschleppt. Auf geht's. Wir haben heute den 21. Dezember und wir öffnen heute unser leckeres Adventskalenderchen und ich werde euch glaube ich nicht so viel vom Geschmack nennen können, weil die Nase ist zu. 21 musste das eigentlich jetzt ein kurz vor Weihnachten. Das ist schlimmste Zeit im Jahr, wo man krank werden kann. Und vor allen Dingen mit der schlimmsten aller Krankheiten der Bädergrippe. Hier haben wir es. Ich kann ein wenig schmecken und es schmeckt. Ja. Genug Mitleid für heute. Wir haben Samstagmorgen und es wird ein großartiger Tag. Weihnachtsmarkt gestern fiel ins Wasser. Wegen der Männergrippe. Dann sag ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und ich hoffe, bis morgen. Zun zun.